Ihr Parteikollege, Bundeswirtschaftsminister Habeck, hat jetzt mal eine Übergewinnsteuer mit ins Gespräch gebracht für erneuerbare Energien, weil die sind ja auch sozusagen die Gewinner dieser enorm hohen Energiepreise. Wäre das eine Idee, mit der Sie sich auch anfreunden könnten? Also die Übergewinnsteuer ist bestimmt die richtige Lösung. Wir sehen auch, wenn wir nach Europa schauen, dass sie in ganz vielen Ländern schon angewandt wird. Aber ich würde eher die erneuerbaren Energien ausschließen, denn viele der Übergewinne, die fallen nicht bei den Erneuerbaren an, die fallen bei den Fossilen an. Griechenland hat das so gemacht. Und von daher geht es, glaube ich, es ist besser, als jetzt den Preis zu deckeln, ist zu sagen, wir machen eine Übergewinnsteuer für die Fossilen und verteilen das dann gezielt an die ärmeren Haushalte, die entlastet werden müssen. So würde man das hinbekommen, dass das, woran es nämlich eigentlich liegt, dass wir zu wenig Erneuerbare haben, dass das nicht ausgebremst wird, sondern die riesengroßen Übergewinne, gerade der Fossilen, die sind obszön und die müssen abgeschöpft werden und an die Ärmeren verteilt werden.